Nein! Doch! Ich hab den ganzen Stuff eingesammelt, keine Sorge! Nein, sammel doch... Nee, ich hab gesagt, keine Sorge! Ey, wo war das denn jetzt? Ja, bleib da, bleib da! Du musst schlafen! Ja, Freunde, wenn die Glutamart auch so gerne, wie ich möge, dann gebt uns doch mal ein Like! Alter! Das ist doch mal ein Grönchen, doch! Der einzige YouTuber, der jemals sagen würde, ja, lass mir ein Like, wenn die Glutamart... Glutamart, Alter! Das musst du bei jeder Scheiße drehen! Meine Frisse, Alter! Glutamart LP oder so! Da, das, das, und das auch noch... Ich will immer noch gerne einen Kaffee! Das, und 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 das... Ich auch so krass am Schwitzen! Nee! Aber ich bin müde unter Bunga! Bunga Bunga! Bunga Bunga baut ein schön fetteres heute Meer hinaus! Pff, pfff, pff, pfff! Was ist los mit deinem Kopf? Was ist los mit deinem Kopf? Was ist denn los mit deinem Kopf? Boah, was ein Konter? Was ein Konter! Der tätowierte Tintling hier! Hast du einen Steinbein? Nee, ist da kein Stein drin? Guck mal hier ist Stein drin! Ach, Arsch! Oh, der war miese! Miese Brise, ne? Ey, die Spinne ist auf dem Daff. Jo, jub mir die. Mach mal die Spinne weg. Okay, ich schub sie zu euch rein. Oh, hat nicht geklappt. Nice, wir haben ne Spinne. Er läuft. Wie hieß die Spinne nochmal? Okay, da ist unser Feld jetzt fürs Erste. Bei Harry Potter? Ja. Äh, Arag. Arag. Aragog oder so. Aragog, ja. So ein bisschen wie... So ein bisschen wie... Waldläufer halt von... Von... Aragorn halt. Du kannst das gut merken, wegen dem Cock. Toggy und die Olding haben sie abgesprochen, Cock. Tatsächlich konnte Toggy gar nicht sprechen, weil er durch, äh... Cock? Im Schicksalsschlag sprachgelähmt war. Wegen dem Cock in seinem Hand. Also, Toggy beleidigt. Nicht gut. Okay, Leute, wenn euch das auch so gefallen hat wie mir, dann lasst mal einen gleich, ja. Ich hab da freie Freude. Mir macht das Spaß so, ne? Mir macht das Spaß, ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ja, wir machen jetzt einfach... Wir... Wir revolutionieren das. Versteh ich nicht. Nee, eigentlich ist das keine Revolution. Das ist einfach nur Bullshit. Das ist schon tausend. Aber egal, ich möchte so viele Dislikes wie möglich. Ja, das machen das schon voll viele und das bringt auch gar nichts, hat man gelernt. Dislike oder Like, scheißegal. Wieso machen das denn ganz viele? Sind die doof? Weil die testen wollten, ob das stimmt. Aber das stimmt. Und dann machen die das immer wieder, um Likes abzugeiern. Aber obwohl die sagen Dislikes und dann kriegen die wieder Klicks und dann liken die Zuschauer die ganzen anderen Videos und so ein... Ach, keine Ahnung. P-Suite ist kacke. Ja, oder? P-Suite? Dieser Clickbater, die... Clickbait? Ey, die nennen die Videos so langweilig, Alter, da klickt man nie drauf. Ja, das ist das Problem. Guck immer in der Abo-Box und denk mir so, oh ne, nicht die schon wieder. Und das denk ich mir so viermal am Tag. Weißt du, ne? Das ist so krass, oder? Ne. Ja, Johannes putzt sich halt die Nase, Alter. Ja, easy. Krass, ne? Easy peasy. Easy peasy. Easy peasy. So, das ist jetzt die Grünform von dem Haus. Muss noch ein bisschen schöner an den Seiten werden. Okay, tschüss. Alter, aber das... Können die doch gar nicht wachsen? Doch, die wachsen hier doch gar zur Zeit. Was meinst du, woher die Blätter kommen? Oh nein, aua. Oh lol. Ja, von wegen, der wächst hier nicht, ne? Ungläubiger... Christ... Du... Ja, wow, dann wächst einer in fünf Minuten, man. Wenn du die richtig auseinanderbauen würdest, würden alle wachsen. Schlimmer gar nicht. Aber komm, war schon wieder einer gewachsen? Habt ihr eigentlich schon ein paar von diesen Schafen ja eingefangen? Nein, wir bauen auch einen kompletten Zaun um die Gegend, dann haben wir automatisch alles eingefangen. Kann man denn jetzt das Haus noch schöner machen an den Seiten, Jugo? Eigentlich gar nicht. Das geht gar nicht mehr schöner. Leute, wir brauchen Holz. Wir brauchen zwar ganz viel Holz. Holz. Sigros soll in der Zaun ungefähr werden. Ja, egal. Wir wüssten doch jetzt noch nicht, wie groß das alles wird. Wir müssen den Ehuner mal umsetzen. Ja, dann fang ich klein an und wir machen dir größer später. Ich denke, als ob du faul wärst. Ja. Mittlerweile Steine, immer noch nicht. Ja, weil keiner fahren geht. Wo sind Steine? Egal. Nimm ich Holz. Wo sind Steine? Ja. Wollen wir eine Schaufel basteln. Wollen wir sind schon wieder gewachsen. Boah, Jupp ey. Ja? Ja. Tüchtlinge ohne Arbeiterlaubnis sind tüchtiger als du. Tüchtlinge ohne Arbeiterlaubnis sind tüchtiger als du. Ja, Torze. Irgendwsans nimmt der Zaun in Form. Ah, ich bin so vollidiot, Alter. Wieso? Braucht man nochmal einen Zaun. In der Mitte, Holzbalken, nee, Heller, unter das. смотреть hier rgendwo. Rechts und links, in der Mitte Steaks? Nein, in der Mitte Steaks. Also nicht alle Felder, ne, nur die unteren beiden Reihen. Ach sooo. Ja, okay, das war aber früher auch schon so. Äh? Kann das denn Spaß sein? Ich find Spaß. Wenn man auf diese künstlich gemachten Wege so einen Zaun setzt, dann sind die künstlich gemachten Wege wieder weg. Ja, das geht nicht. Man kann ja auf die künstlich gemachten Wege hinsetzen. Genau wie Fuckin glaub ich auch nicht, oder so. Allgemein war alles, was du bereit wächst. Irgendwie kann man da gar nichts draufsetzen. Deswegen würde ich auch überlegen nochmal einen anderen Boden, aber das ist cool.